In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir waren gerade einkaufen und ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir gekauft haben. Wir wollten eigentlich morgen bei einer Freundin im Garten grillen gehen, mit der wir auch gestern unterwegs waren. Aber ich weiß nicht, irgendwas ist mit dem Grill oder so, glaube ich. Aber der meinte, dann machen wir das nächste Woche, wir kommen diesmal nur so vorbei und essen und tratschen halt ein bisschen. Ich wollte euch mal zeigen, was wir jetzt vortragen. Und zwar einmal hier Wassermelonen. Und dann haben wir gekauft, Brot, Eier, Cornichos. Ich wollte morgen einen Nudelsalat machen. Den mache ich aber morgen, also nicht heute, sonst schmeckt das am Ende nicht. Dann einmal diese Chips für die Kinder. Dann habe ich für Nina Pentas mitgelommen, sie hat keine Pentas, ne. Irgendwann fragen mich total viele, ob ich Nina jetzt, ob sie schon aufs Töpfchen geht. Also sie geht am Tag einmal, zweimal, wenn sie Lust hat. Aber ich zwinge sie jetzt auch nicht. Die hat ihr Zeit bis zum Kindergarten und dann ist es auch gut. Dann habe ich beim Türken diese Chips gekauft. Nina hat schon ein bisschen gegessen. Dann Mayo. Ich habe dieselbe schon zu Hause, aber ich dachte mir, falls es nicht reicht, sollte. Dann habe ich mitgenommen einmal Flügelfläschwurst. Moment. So, ich dachte, der Wiener ist wahr, aber sie ist noch am Schlafen. Dann haben wir mitgenommen einmal Weintrauben. Dann zweimal Mais. Dann ganz viel Fanta X-Mail-Tee, auch für Mordi, glaube ich. Also da wird voll viel mitgenommen. Aber wir lieben die auch. Also, momentan stehen wir von drauf. Dann habe ich Zucker mitgenommen. Und wir hatten keinen Zucker mehr für den Tee. Dann einmal Salami in so einer Blumenform. Und dann für die Kinder einmal so. Diese Kastane, da oben. Ich weiß nicht, was ich habe, mir geht es momentan voll schlecht, irgendwie. Dann haben wir mitgenommen Sonnenblumenkerne und ganz viele Gurken. Dann haben wir die Nektarinen. Zwei Äpfel. Dann haben wir die Aprikosen. Dann habe ich mitgenommen einmal Rasieren. Noch ein paar Exotik. Julina Zahngürsten. Dann durfte sie sich zwei Schaumbäder aussuchen, obwohl sie gestern zwei bekommen hat. Dann habe ich letztens meine Shampoos im Auto vergessen. Dann eine Eisbonbon-Banane. Ich habe es gar nicht gerocken. Aber das riecht aber echt gut. Das hat Nina für sich gekauft, so ein Shampoo. Und zunächst Brot in einem Traum. Das war es auch immer wieder nicht gekauft. Ich warte jetzt, bis Nina aufwacht. Ich weiß auch nicht, was ich kochen soll, ehrlich gesagt. Mal schauen, was es wird. Und danach melden wir uns bei euch. So, Nina ist jetzt wach. Ich werde jetzt hier ein paar Köftes machen. Die zeige ich euch gleich. Also sie sind schon fertig gemacht. Ich hole hier noch drei, vier Stück raus, glaube ich. Ja. Und dann macht man einfach so eine Tomatenmark-Soße, so eine flüssige dazu. Und das schmeckt ganz, ganz lecker. So sieht das Essen übrigens aus. Da kommt dann die Soße drauf. Und das schmeckt super, super lecker. Das ist mit Kartoffeln gefüllt. Man kann das auch den Tag Fleisch füllen. Ja. Wir haben jetzt ein paar genommen mit Nina. Das schmeckt einfach super lecker. So, wir haben jetzt gegessen. Ich räume jetzt hier noch die Tüten weg. Die habt ihr schon mal eine Tüte dran. Ich habe euch ja den Einkauf gezeigt. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall duschen mit Nina. Wir haben immer so viele Tüten. Und dann auf einmal sind alle weg. Die Pampers wollen die noch einsortieren. Hier zieht schon mal deine Pampers aus. Wenn du aufs Klo musst, geh aufs Klo. Ja, ähm. Ich muss noch unsere Klamotten vorbereiten. Und ich muss mich heute auch epilieren. Also ich versuch's. Ich hoffe, das klappt. Und sonst gibt's nichts. Ich trau mich nie hier, die Gardinen und Fenster aufzumachen. Weil ich voll Angst habe, dass eine Wespe da reinfliegt. Ich bin so ein Schisser geworden bei sowas. So, ich zieh mein Jumpsuit an. Der ist auch voll bequem. Nur ist der viel, viel, viel zu offen. Und ich guck mal auf dem Balkon, ob wir da alles Mögliche haben. Weil ich hab gestern und heute Wäsche aufgehangen. Nina, warte. Ist es trocken? Trocken. Ist gut. Trocken. Die Kinder werden morgen übrigens auch planschen. Wir werden die Planschwäsche noch nehmen. Wir werden bestimmt richtig Spaß haben morgen. Warte, ich such grad so ein Kleidchen für mich. Ja, Schatz. Ja, wir baden jetzt. Die Kleine bewegt sich total fleißig. Also, die ist nonstop am Treten. Aber der spürt die jetzt auch von außen. Schon seit, wie viel? Seit drei Tagen oder so. Ich dachte zuerst, der spürt die nicht von draußen. Aber der meinte doch, ich spür sie. Ganz, ganz leicht. Lina hat natürlich direkt hier ihre neuen Spielzeuge reingeschmissen. Die Badewanne, die ich hier gekauft habe. Ich weiß nicht, warum wir auch so sind. Aber Lina darf dann auch damit spielen. Ich meine, das können wir nicht kaputt gehen. Aber wir suchen erst mal die Badewanne vor. Ja, warte, Schatz. Warte, ich helfe dir. Hallo ihr Lieben, heute ist der nächste Tag. Wir haben uns schon fertig gemacht. Ich muss nur noch Concealer und so machen. Ich sehe voll kaputt aus. Ja, ich habe jetzt, wir haben Obst vorbereitet. Dann wird auch eine Shisha sauber gemacht. Und wir haben den Pantschbecken von Lina eingepackt. Mit den Handtüchern und so. Was wir mitnehmen werden noch. Ich habe, ich zeige euch mal kurz, einmal hier diese Eierplätzchen gefüllt mit Dingens gemacht. Das habe ich euch schon mal gemacht. Habe ich euch mal gezeigt. Dann habe ich, haben wir eine Wassermelone gekauft. Erst dann, das nehmen wir mit. Und dann haben wir noch ein paar Getränke. Das war es auch. Anni, Anni, Anni. Baba. Baba ist auf Klo. Toilette, Baba. Genau, ich mache mich jetzt auf jeden Fall wirklich fertig. Ich habe mich schon angezogen. Einfach ein Kleid und ja, das war es. Ich würde sagen, ich mache euch dann einfach mit. Wir machen übrigens heute Raclette, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und grillen tun wir dann nächste Woche vielleicht. Oder übernächste Woche. Mal schauen. Hallo, ihr Lieben. Wir sind jetzt beim Arzt, beim Genetiker und übernächste jetzt drankommen. Nina? Wir schauen, was gesagt wird jetzt. Wir sind wieder zu Hause. Also wir waren beim Genetiker. Ich erzähle euch das mal kurz. Und der meinte halt, die können, wenn wir wollen, Blut abnehmen. Die haben uns halt auch erzählt, warum mein Bruder im Rollstuhl sitzt und woran das liegt. Es ist so, wenn beide Elternteile diesen Gen für eine Krankheit haben und beide das zusammen übertragen, Also wenn nur einer das überträgt, das ist kein Problem. Aber wenn beide das übertragen, dann kommt es halt dazu, dass das Kind dann daran erkrankt ist. Und ja, deswegen ist mein Bruder jetzt an, also ist er an Leukodistrophie erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Und das ist halt so, wenn, also er meinte, meistens ist es so, wenn man halt in der Familie heiratet oder Blutverwandtschaften sind oder sonst was. Und ich glaube, in deren Fall war das so. Auf jeden Fall hat er dann alles aufgenommen. Und er meinte halt auch, seid ihr mit, also bist du mit deinem Mann halt verwandt oder irgendwas ähnliches. Und ich habe halt gesagt, nee, der kommt aus dem Irak, ich komme aus der Tükei. Dann meinte er, dann ist das halt geringer. Ja, und er muss auch diesen Gen Leukodistrophie halt als Gen haben. Und der meinte auch, dass es sehr, sehr selten ist, diese Krankheit, die mein Bruder hat. Deswegen würde das eigentlich gar nicht in Frage kommen. Und wenn ich das nur übertrage dem Kind, dann ist das nicht schlimm. Also das müssen wirklich von beiden Elternteilen übertragen werden, damit das Kind halt dann Leukodistrophie hat. Ich meinte dann, was bringt mir das jetzt, wenn ich diesen Bluttest mache und ich sehe, ich habe Leukodistrophie. Sagen wir mal meinen Mann auch. Sagen wir mal. Der meinte, die gering ist sehr, also es ist sehr, sehr gering, dass jemand auch diesen Gen hat. Weil die Krankheit gibt es halt nicht oft. Der meinte aber, es ist halt so, dass die meisten dann sagen, okay, ich will einen Schwangerschaftsabbruch. Und was man machen könnte, dann das Fruchtwasser untersuchen, ob das Kind halt auch, ob das Kind halt genau das abbekommen hat von den Eltern. Und ich meinte, also heißt das, wenn ich das jetzt untersuchen lasse und im schlimmsten Falle wird jetzt rauskommen, dass mein Kind behindert ist, also könnte ich einen Schwangerschaftsabbruch machen, dann meint der ja. Und ich habe gesagt, egal ob mein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommt, egal ob mein Kind nur einen Arm hat, ein Bein hat oder sonst was. Das ist mir wirklich Latte. Das ist mein Kind. Und also, wisst ihr, was ich meine? Also diese Ergebnisse, die können nicht beeinflussen, dass das mein Kind, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wenn es so geschrieben ist, dann ist es so geschrieben. Ich meine, es kann auch später ein Unfall passieren und dann sitzt man im Rollstuhl oder, keine Ahnung, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und deswegen habe ich gesagt, ich will diese Untersuchung nicht. Weil, wenn es so geschrieben ist, kommt sowieso. Und wenn nicht, dann nicht. Also, ich würde jetzt niemals einen Schwangerschaftsabbruch machen. Auch wenn ich das in der achten Woche erfahren würde oder in der vierten Woche oder sonst was. Ne. Mein Kind ist mein Kind. Ich würde es akzeptieren, so wie es ist. Ja. Deswegen haben wir gesagt, das soll so bleiben. Wir wissen jetzt, wie es dazu kommt, dass man halt die Krankheit erbt oder dass das Kind dann behindert auf die Welt kommt oder so. Ja, dasselbe Thema bei der Schwester. Sie hat ja Rachitis. Und ja, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, wie ihr da denkt. Er meinte, sehr viele Frauen kommen hierhin und brechen danach die Schwangerschaft ab. Er meinte, in ihrem Falle ist es halt spät. Aber ich glaube, man kann das sogar machen in der 22. Woche. Was ich, was ich, was ich richtig beschämt finde. Also, klar ist es jedem selbst überlassen. Aber wenn ich weiß, ich spüre mein Kind momentan. Und wenn ich dann daran denke, dass irgendeine andere Frau, weil das Kind irgendeine Krankheit oder Behinderung hat, das Kind abtreibt. Dann finde ich das, also, ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Ob man dann eine Pille schluckt und das Kind verstirbt dann im Bauch. Nee, also mit dem Gewissen könnte ich never leben. Niemals. Deswegen, also egal, was jetzt dabei rausgekommen wäre, wenn wir den Test gemacht hätten, wäre mir scheißegal. Deswegen mache ich den Test auch nicht. Aber der meinte auch, wenn es so geschrieben ist, ist es geschrieben und wir machen den Test nicht. Ich dachte, der will den Test machen, aber der wollte den auch nicht machen. Deswegen ist alles geklärt. Gleich gehen wir zu meinem Frauenarzt. Oh, der ist jetzt kurz zur Werkstatt gefahren, wegen unserem Auto. Unser Motorlicht ist jetzt ausgegangen, voll komisch. Shivan hat jetzt drei, vier Kabeln gewechselt oder so. Ich glaube, zwei müssen noch gewechselt werden und der Zylinder muss noch gewechselt werden. Der wollte jetzt gucken, ob das wirklich gewechselt werden muss und wie viel das kostet. Oh, ja. Ich muss kurz hier reden. Oh, der schläft nämlich im Wohnzimmer. Ja, wir waren beim Frauenarzt. Der Kleine geht sehr, sehr gut. Wir haben auch ein Ultraschallbild, wo sie am Lächeln ist. Also perfekt eingefangen. Und sie ist jetzt 23 Zentimeter lang, 360 Gramm schwer. Und es ist auch alles so, wie es sein sollte. Sie dreht sich die ganze Zeit. Und ja, ich habe gefragt, welchen Krankenhaus meine Frauenarztin empfiehlt. Und sie meinte, da in dem Krankenhaus, wo du entbunden hast, das ist in meinen Augen das beste Krankenhaus. Außer du hättest jetzt eine Diabetes und musst dir Spritzen geben, dann würde ich in ein Krankenhaus mit einer Kinderklinik. Genau. Sie meinte auch, dass die zweite Geburt sehr wahrscheinlich schneller wird als die erste. Hoffen wir mal. Ich hoffe, jeder, der schwanger ist, liegt nicht stundenlang in den Wehen und hat beim ersten oder zweiten Pressen das Baby raus. Ja, ansonsten mache ich jetzt Kumpet. Ich habe schon alles vorbereitet. Die Kartoffeln sind im Ofen. Das ist auch fast durch. Hier. Da merke ich Audit. Ein Freund von uns hat eine Shisha-Bar aufgemacht. Der wollte dorthin. Ich klicke in letzter Zeit sehr oft die Frage, ob Audit wieder Shisha-Videos machen kann. Da will ich euch fragen, ob ihr das möchtet. Dann könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben. Und eben, also Audit hat mir auch gesagt. Jetzt, weil ich wieder anfangen schaffst und ich meinte, wenn du willst, fang an. Also mich stört es ja nicht. Und die, die Interesse daran haben, schauen die Videos. Und die, die kein Interesse haben, schauen die Videos nicht. Schade um die Videos, die ich gelöscht habe natürlich. Aber wenn ihr jetzt sehr großes Interesse daran habt, dann machen wir das wieder. Genau. Ihr könnt das mal unten in die Kommentare schreiben, ob das euch interessiert. Oder ihr stimmt einfach hier ab an dem I-Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wo der I-Punkt ist. Und dann könnt ihr entweder auf Ja, Nein oder ist mir egal drücken. Ja, ich zeige euch mal, was ich vorbereitet habe für den Kumpel. Im Moment, ich muss mal leise sprechen. So, ich habe hier einmal Gouda, dann Kräuterquark, Würstchen. Da kommt aber noch ein Tomatenmark rein und Butter. Dann angeblich Mais. Hambina hat das schon aufgegessen. Oliven, Oliven, Schafskäse und Jalapeños. Das war es auch. Mehr will ich jetzt nicht reintun. Und ich brauche noch ein Teller davon. Ich weiß gar nicht, wo das andere ist. Ich weiß gar nicht, warum ich nur eins rausgeholt habe. Und dann sind die Kartoffeln lecker, lecker. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017